Wessinghage, Volldampf muss nicht sein Längeres Tageslicht und angenehmere Temperaturen laden dazu ein, mit Bewegung im freien Körper und Geist aus dem Winterschlaf zu wecken. Sportschuhe und Volldampf müssen nicht sein, erklärt Dr. Thomas Wessinghage. Dr. Thomas Wessinghage ist ehemaliger Weltklasse-Mittelstreckenläufer. 1980 stellte er den nach wie vor gültigen Rekord über 1500 Meter auf und erlangte ein Jahr später den Titel Leichtathlet des Jahres. Heute kennen wir ihn als ärztlichen Direktor der Medikalpark-Kliniken des Tegernseetals. Mit wenigen Schritten zum Erfolg, mit einfachen Schritten lässt sich viel für die Gesundheit tun. Eine große Studie hat ergeben, dass 5,5 Stunden Spaziergang pro Woche 10 Risikofaktoren wie erhöhte Werte für Blutdruck, Cholesterin oder Bauchumfang mit deutlich verbessern, erläutert Wessinghage. Ein kleiner Spaziergang täglich und ein längerer am Wochenende plant jeder Mensch mit Leichtigkeit ein. Der Mediziner rät zu einem sanften Einstieg. Dies gilt für Menschen, die bisher nie sportlich waren. Auch Freizeitsportlern, die den Winter überpausiert haben, rät er zu einem langsamen Anfang. Der Bewegungsapparat und andere Organe müssen sich an die Belastung gewöhnen. Lassen Sie sich nicht entmutigen. Und wenn Sie einmal nicht auf die 5,5 Stunden Spaziergang pro Woche kommen, bevor ich resigniere freue ich mich doch lieber und sage, Mensch, ich habe für mich mit 4 Stunden eine gute Dosis und damit bin ich zufrieden.